1976 leitete Carlo Cipolla, ein Professor für Wirtschaftsgeschichte, ein soziales Gesetz ab, nach dem wir die Menschen in vier Kategorien einteilen können. Die erste nannte er die Hilflosen, die zweite sind die Intelligenten, die dritte Gruppe sind die Banditen und die letzte sind die Dummen. Der dumme Mensch ist der gefährlichste Menschentyp und in Gruppen viel mächtiger als die Mafia, das Militär oder der Kommunismus, warnte Cipolla. Um zu diesem Schluss zu kommen, müssen wir seine fünf Grundgesetze der menschlichen Dummheit verstehen. Erstens. Jeder unterschätzt immer und zwangsläufig die Zahl der dummen Menschen, die im Umlauf sind. Zweitens. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person dumm ist, ist unabhängig von allen anderen Merkmalen dieser Person. Bildung, Reichtum oder Status haben damit nichts zu tun. Drittens. Ein dummer Mensch ist jemand, der anderen Menschen Schaden zufügt und selbst keinen Nutzen daraus zieht. Viertens. Nicht-dumme Menschen unterschätzen immer die schädliche Kraft dummer Menschen. Und sie vergessen immer wieder, dass der Umgang mit dummen Menschen sich immer als teurer Fehler erweist. Fünftens. Ein dummer Mensch ist die gefährlichste Art von Mensch, sogar noch gefährlicher als ein Bandit. Cipolla betrachtet dann vier Faktoren des menschlichen Verhaltens. Eine Person kann anderen Nutzen bringen, sich selbst Nutzen bringen, anderen Schaden zufügen und sich selbst Schaden zufügen. Wenn Tom eine Handlung vornimmt und einen Verlust erleidet, ist er hilflos. Wenn Tom sich selbst nützt, aber auch Jerry profitiert, ist er intelligent. Wenn Tom sich selbst hilft, aber Jerry einen Schaden zufügt, ist er ein Bandit. Und wenn Tom etwas tut, das ihm nichts nützt, aber Jerry einen Schaden zufügt, ist er dumm. Ineffektive Menschen befinden sich in der Mitte. Schauen wir uns nun die Auswirkungen dieser Gruppen auf die Gesellschaft an. Hilflose Menschen tragen zur Gesellschaft bei, werden aber von anderen, insbesondere von Banditen, ausgenutzt. Daher ist ihr Beitrag begrenzt. Beachte, dass extreme Altruisten oder Pazifisten aus moralischen Gründen einen Platz in dieser Kategorie freiwillig akzeptieren können. Intelligente Menschen leisten einen Beitrag zur Gesellschaft und setzen ihre Beiträge in einen gegenseitigen Nutzen um. Ihre Handlungen führen zu einem Nettogewinn für die Gesellschaft, weshalb hilflose Menschen immer intelligente Menschen unterstützen sollten. Banditen verfolgen ihr eigenes Interesse und bereichern sich, auch wenn dies der Gesellschaft schadet. Hilflose und intelligente Menschen sollten versuchen, sie zu stoppen. Dumme Menschen tragen immer zu einem Nettoverlust für die Gesellschaft bei. Aber nicht nur das. Denn sie tun dies ohne ersichtlichen Grund. Ihre Handlungen frustrieren, verärgern und verwirren auch alle anderen. Entgegen den großen kulturellen Trends unter seinen intellektuellen Kollegen, war Cipolla überzeugt, dass die Menschen nicht gleich sind. Dass die einen dumm sind und die anderen nicht. Und dass der Unterschied durch die Natur und durch nichts anderes bedingt ist. Der eine ist dumm, so wie der andere rothaarig ist, schrieb er. Cipolla warnte davor, dass das Schadenspotenzial einer dummen Person vom Ausmaß der vererbten Dummheit sowie von ihrer Machtposition in einer Gesellschaft abhängt. Unter Bürokraten, Generälen und Politikern lassen sich ohne weiteres Beispiele für grundsätzlich dumme Menschen finden, deren Schadenspotenzial durch die Machtposition, die sie innehaben, in erschreckendem Maße gesteigert wird. Was denkst du über Dummheit? Werden Menschen dumm geboren oder dumm gemacht? Oder ist sie wie üblich komplexer? Und gibt es eine Wechselbeziehung zwischen beiden? Teile deine Gedanken mit und lies mehr über Cipollas Arbeit und seinen amüsanten Essay, der ursprünglich nur für Freunde gedacht war, in den Beschreibungen unten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017